Weihnachten ist vorbei. Silvester steht vor der Tür. Irgendwie ist alles normal. Nur Jim erreiste ich nicht. Ich werde ihn wohl weitersuchen müssen. Ich verstehe nicht, wo Jim ist. Der meldet sich doch auch immer bei mir. Da stimmt was nicht. Ich rufe den jetzt an. Geh ran, geh ran, geh ran, geh ran, Jim. Ich verstehe nicht, warum der nicht rangeht. Irgendwas muss doch passiert sein. Was? Wo bin ich denn? Was ist passiert? Sorry, ich weiß es nicht. Irgendwas ist passiert. Ich habe einen Schlag gemerkt. Irgendwie ist es passiert. Ich weiß überhaupt nicht, was ist passiert. Ich kann es dir nicht sagen. Vielleicht hat das mit deinem Zeichen zu tun. Das kann sein. Komm, lass mal hoch. Hilf mir mal. Ich weiß es nicht. Aber aufstehen kann ich. Okay, fangen wir lieber ins Krankenhaus. Jim, hier ist niemand, der uns helfen kann. Wir müssen ins Krankenhaus mit dir. Wir können jetzt nicht ins Krankenhaus, Sunny. Wir müssen erst rausfinden, was das war. Was willst du denn in einem Krankenhaus sagen oder der Polizei? Hier ist niemand. Irgendwas muss hier gewesen sein. Das sind die übermächtigen Kräfte, die hier herrschen. Jim, aber wir müssen ins Krankenhaus. Das kann warten, aber du nicht. Ach, Sunny, ich glaube, das mache ich später. Da. Nein, ich bin nicht. Boah, Sunny, ich habe solche Schmerzen. Jim, guck mal, was das ist. Ich kann umso lange es noch gehen. So, Jim, alles andere bringt uns da ziemlich weiter. Du bist jetzt erst mal in der Naturkrachthaus. Ich mache alleine weiter und du lässt dich jetzt behandeln. Okay, Sunny, aber meld dich, wenn was ist. Ja. Ich will dabei sein. Ich will eigentlich dabei sein, aber ich kann dir jetzt nicht helfen. Ich wünsche dir viel Glück. Tschüss. Viel Glück. Danke, Sunny. Hallo, ist hier jemand? Ich werde jetzt mal Jim anrufen. Mal gucken, wie es ihm geht. Hallo. Hey, Jim, wie geht's dir denn? Hey, Sunny. Haben Sie schon was gefunden? Nein, nix. Das ist aber auch nichts Inneres, aber die testen mich halt noch. Hast du jetzt schon was rausgefunden? Nein, ich bleibe dran. Allein ist es aber schwierig. Ich komme, Sunny. Ich kann einfach hier abhauen. Nein, Jim. Das bringt uns nicht weiter. Du musst erst mal gesund werden. Okay, aber wenn es nicht geht, fliehe ich hier. Keine Sorge, Jim. Ich schaffe das. Ich werde dich bald besuchen. Oh, Sunny. Ich freue mich auf dein Besuch. Bis bald, Jim. Halte durch. Ja, tschüss. Danke. Bis bald. Wieder komme ich nicht weiter. Hoffentlich ist Jim bald wieder fit. Werden wir das Rätsel wohl lösen? Das erfahrt ihr im nächsten Teil. Ja, tschüss.